Heute essen wir ein Reh. Ja, ja. Warum? Willkommen zu den Beinehmen. Heute testen wir eine Neujahrswetter 2018. Wir haben unsere Hacken geschaut. Genau, die haben wir gleich anfangs vorgestellt. Und jetzt ist es ja schon etwas länger 2018. Red Bull. Eine Orange Edition. Also eine Orange Edition mit Orange und Kumquat. Wie heißt die andere? Purple. Und wie heißt es? Weiß ich nicht. Oha, süh! Der Geruch kommt mir bekannt vor, ich weiß nur nicht wie ich diesen soeben gerauchten Geruch zuordnen soll. Papa. Das Video hat fertig gerendert, das hat man gerade gehört. Hä? Warum ist das so? Ich glaube da hat jemand rein gepieschen. Wahrscheinlich hier, sieht man die Farbe. Nein, das riecht wie Brausepulver. Also nicht Ahoy Brause, aber ein anderes Brausepulver. Oh mein Gott, das riecht übrigens geil! Digga, schnell weg hier! Okay, komm! Wohin? Wohin? Weiß ich nicht! Weg hier! Der riecht besser als er schmeckt. Oh mein Gott, das ist bis jetzt der beste Red-Buding-Klima. Oh Mann! Der blaue schmeckt geil und der purple auch. Und haben wir den blauen auch schon? Ja, den haben wir letztes Jahr getestet, Anfang 2017. Ja, den haben wir letztes Jahr getestet, Anfang 2017. Ja! Wie heißt der? Blue Edition. Gibt's den Mauro? Den gibt's ja auch immer. Okay. Also der schmeckt geil. Genau, ich find den gar nicht mal so geil. Also ich fand den purple besser, aber der schmeckt auch nicht schlecht. Ich find den geil. Ich sag 8 von 10. Sag 4 von 10. What? 12 von 20. 12 von 20. Wolltest du es dir wiederholen? Das Red-Bud und Düschen? Ja. Warum? Das schmeckt nicht geil. Das schmeckt nicht geil. Weil du ein... Witzer bist. Du kleiner Witzer. Bist du dumm? Du hast dich wirklich gut gemacht. Das warst du, du kleiner So. Seht ihr wie spät es ist? Und um 16 Uhr kommt das Video online. Um 16 Uhr. Tschüss. Ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017